Meine Kollegin Viktoria Witte und ich wollen Ihnen in der kommenden Stunde im Gespräch mit verschiedenen Interviewpartnern einen Einblick geben in die vielfältige Arbeit der Schülerfirmen und eben exemplarisch einfach auch in Projektergebnisse und Entwicklungen von Gründerkits. Der Fokus in der aktuellen Projektphase lag auf der Verstetigung und der nachhaltigen Implementierung von Schülerfirmenarbeit in Sachsen-Anhalt, auf der Vernetzung der Schülerfirmen untereinander und mit der regionalen Wirtschaft. Claudia, erzähl uns doch mal, welche Ergebnisse und Entwicklungen wurden durch das Projekt Gründerkits bislang erreicht? Durch Gründerkits ist ein Netzwerk von 144 Schülerfirmen an 110 Schulen in ganz Sachsen-Anhalt mit ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern entstanden und damit eben 144 Lern- und Entwicklungsräume einfach für Kinder und Jugendliche an allen Schulformen. Uns gelingt es seit Jahren, einen kontinuierlich hohen Anteil an Mädchen zu erreichen, nämlich circa immer 60 Prozent, während bundesweit tatsächlich Mädchen in Unternehmergeistprojekten deutlich unterrepräsentiert sind. Und die Angebote von Gründerkits richten sich tatsächlich an alle Kinder und Jugendlichen, ab der Grundschule tatsächlich schon. Und aus unserer Sicht als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist das wichtig, einfach tatsächlich um zu sagen, wir ermöglichen allen Kinder und Jugendlichen die gleichen Zugangschancen, um persönliche und unternehmerische Kompetenzen eben zu entwickeln. Und um dann tatsächlich selbst später mündig entscheiden zu können, ist eine unternehmerische Selbstständigkeit eine Lebensoption für mich oder eben nicht. Ja, Sebastian, du warst Gründungsmitglied und später auch Geschäftsführer der Schülerfirma Zoom SAG in Hohenmösen. Sieh doch mal kurz, was machst du jetzt und welche Rolle hat dabei auch die Schülerfirma in deiner Biografie, also rückblickend für dich, gespielt? Ich bin Gründer von NativDigital. NativDigital ist eine Digitalberatung und wir begleiten Unternehmen auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Davor war ich Geschäftsführer von einer mittelständischen Unternehmensberatung und hatte zuletzt Verantwortung für über 100 Projektmitarbeiter. Grundsätzlich vielleicht einfach gesagt, die Schülerfirma hat überhaupt den Zugang zum Thema Unternehmertum gegeben. Das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass Kinder von Unternehmern oder von Gründern ganz einfach Zugang zu dem Thema bekommen, weil man einmal beim Abendbrot darüber spricht oder eben in dem Netzwerk drin ist und dann ganz normal Zugang dazu bekommt. Das war bei mir nicht der Fall. Und so hat die Schülerfirma mir überhaupt dieses Feld eröffnet. Wenn ich nicht in einer Schülerfirma gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Arzt geworden. Und das wäre auch sehr gut gewesen. Jetzt ist es aber so, dass wir mit dem, was wir tun, Unternehmen aus der Medizintechnik helfen, noch viel mehr Menschen zu helfen. Und das ist das, was ich durch die Schülerfirma gesehen habe, dass ich daran Spaß habe und dass ich das auch kann. Und genau das sind ja die beiden Aspekte, die wir auch gerade gehört haben, die einfach sehr wichtig sind. Ich glaube, dass einfach jede Schule die Möglichkeit haben sollte, eine Schülerfirma zu gründen. Das heißt für mich, dass es die technischen, organisatorischen, aber auch Themen im Bereich der Digitalkompetenz Möglichkeiten geben sollte, das zu tun. Also wir leben in einer Welt, wo wir zusammen komplexe Herausforderungen lösen müssen, wo sich die Rahmenbedingungen ständig verändern. Und dafür braucht man eben agile Arbeitsweisen, agiles Denken. Ich sage mal, die Fragestellung, wie arbeitet man zusammen? Und auch das Thema Veränderung von Führungsbildern, Führungskultur und auch das Thema Demokratisierung von Wissen. Zusammen ein Produkt zu entwickeln, zusammen an den Markt zu gehen, auch eine Rückmeldung vom Markt zu bekommen, ob das Produkt gut ankommt oder nicht. Das ist etwas, was wir dort erlebbar machen. Wir haben immer mehr gesättigte Märkte, wo wir uns eben, um konkurrenzfähig zu bleiben, auch darum bemühen müssen, innovativ zu sein. Und das erfordert Kreativität und das erfordert Freiraum. Und das sind alles Kompetenzen, die in der Schülerfirma vermittelt werden, erlebbar gemacht werden und gefördert werden. Und ich glaube, dass man eben die Vernetzung, die ja schon da ist, noch weiter intensiviert, weil wir auch die Herausforderungen, die wir heute haben, machen nicht vor Ländergrenzen halt. Und ich glaube, da sollten wir auch den Blick etwas größer richten. Und ich glaube, der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, dass auch die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen einfach intensiviert und gefördert wird für die Schülerfirmen. Weil ich glaube, das ist der erste Anhaltspunkt, wo man eben anfängt, wo auch die Unternehmen lokal sehr davon profitieren können, mit einer Schülerfirma zusammenzuarbeiten. Ja, bei der Schülerfirma Fairwood Company ist der Name auch Programm. Mehr dazu erzählen uns jetzt Nina, Alina und ihre Projektbegleitung halt drunter. Unsere Schülerfirma verkauft in den Pausen entweder Snacks oder auch Fünf-Minuten-Tarinen. Aber hauptsächlich konzentrieren wir uns darauf, Sandwiches an die Schüler zu verkaufen. Und ja, nebenbei hat die Schülerfirma unabhängig von den Pausen einen Shop, wo man Merch von der Schule kaufen kann. Also ich glaube einfach, dass man auch schon Schülern zeigen kann, wie sie bewusst fair handeln oder auch fair Nahrung zu sich nehmen können. Und dass fair ja nicht unbedingt viel teurer sein muss. Aber auch, dass man so an der Schule was verändern kann und dass man der Schüler auch zeigen kann, dass es auch noch andere Wege gibt. Innerhalb der Schule so etwas Aufwendiges wie ein Pausencafé zu organisieren, ja, Pausencafé ist ja nur ein Teilbereich eures Angebots, ist wirklich total aufwendig. Da bleibt ganz wenig Zeit, um sich im Alltag einfach miteinander abzusprechen, auszutauschen, auch Entwicklungsfragen anzugehen. Also ihr seid tatsächlich eine der wenigen Schülerfirmen, die sich die Zeit nehmen, bzw. denen es gelungen ist, ja auch bei der Schulleitung das Commitment herzustellen, dass ihr jedes Jahr eine zweitägige Klausurtagung mit der Schülerfirma machen dürft. Was ist denn der Mehrwert, der für Sie als Lehrerin die Zusammenarbeit mit Gründerkits bringt? Dann hatten wir im ersten Jahr das Weltcafé neu gestaltet und da hat Frau Pilz uns geholfen, Kontakt zu André Hohlstein vom Grünstreifen e.V. aufzubauen, damit wir also auch, wir haben einen Tresen gebaut und André Hohlstein hat uns da beraten. Und diese Kontakte hat alles Frau Pilz uns zur Verfügung gestellt, hat uns geholfen, immer beratend. Auch nach den Gesprächen kam oftmals noch eine E-Mail mit dem, was haben wir vereinbart oder was sollte sie vielleicht nochmal recherchieren und hat uns da Hilfestellung gegeben. Und ich denke, im Kern geht es tatsächlich immer darum, dass die Jugendlichen erleben oder die Kinder erleben, man nimmt einen Bedarf wahr, man hat eine Idee und man macht die Erfahrung, dass man diese Idee in eine Tat umsetzen kann. Und das stärkt natürlich enorm die Selbstwirksamkeit, das Wort Teilhabe, vorhin haben wir schon gehört, steigert die persönlichen Kompetenzen, die Kreativität, die Problemlösungkompetenz und davon profitieren die Schülerinnen und Schüler einerseits persönlich, aber natürlich auch zukünftigen Unternehmen, in denen sie arbeiten, die dann idealerweise auch innovativer werden. Auch auf schulischer Ebene ist unternehmerische Bildung unmittelbar von großer Bedeutung, denn Studien aus Dänemark zeigen beispielsweise, dass Schülerinnen und Schüler, die in Unternehmergeistaktivitäten mitgearbeitet haben, eben eine stärker entwickelte Wurfs- und Studienorientierung haben, eine höhere Motivation haben, zur Schule zu gehen oder sich eben auch stärker in Schule engagieren. Es ist uns gelungen, eine intensive Zusammenarbeit mit den beiden Hochschulen im Land aufzubauen, die also zukünftige Lehrkräfte ausbilden. Das ist einfach wichtig, um tatsächlich langfristig einen Kulturwandel in Schule anzustoßen und das Konzept, die Lehr- und Lernformen einfach in den Schulen im Land zu verankern. Herr Dr. Ude, im bundesweiten Vergleich ist Sachsen-Anhalt eines der wenigen Bundesländer, welches tatsächlich so früh und systematisch Gründergeist bei Kindern und Jugendlichen fördert. Weshalb ist es aus Ihrer Sicht, beziehungsweise aus Sicht des Wirtschaftsministeriums, lohnend, schon an dieser Stelle früh zu investieren? Wir haben unwahrscheinlich viel Geld, stecken wir in das Thema Gründung generell hinein. Und eine Vorstufe ist natürlich das Thema, was wir heute hier gerade machen. Die Idee, die dahinter steht, ist natürlich, dass man, das haben wir ja schön gesehen im Video, junge Leute, so wie ihr es seid, auch heranführt in ein unternehmerisches Leben. Man findet auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein, was man, glaube ich, auch entwickelt während dieser Zeit. Viele meiner Freunde, die in der Uni waren damals, haben sich eben selbst gegründet. Ich habe die Mut nicht gehabt, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe sie dann ja betreut. Und heute sind große Unternehmen daraus entstanden. Aber wenn man mal den internationalen Vergleich sieht, den wir auch mal gemacht haben, da brauchen wir uns einfach nicht scheuen, das zu tun. Und ich sage mal, da sollen wir uns auch damals ganz gut darstellen und sagen, guck mal, Sachsen-Anhalt ist auch mal vorn. Und ich denke, was man eben wirklich sagen kann, dass wir, ja, dass Sie schulen mit Ihren Angeboten, die Sie finanzieren, eben tatsächlich sind sehr umfänglich, dieses und systematisches Angebot zur Verfügung stellen, was Sie einfach in Schule kostenfrei nutzen können. Und in der nächsten Phase, an welchen Zielen wird das Projekt Ihnen arbeiten? Wir haben aus der Praxis heraus schon viele Materialien für Lehrkräfte entwickelt, die wir jetzt nochmal professionell in Handreichung aufbereiten wollen und die den Schulen dann zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen außerdem ausgewählte Unternehmen nochmal stärker einbinden, um Sie als dauerhafte Unterstützungspartner für die Qualifizierung von Schülerfirmen zu gewinnen. Also mit dem Ziel, dass nach Auslaufen der Förderung im Jahr 2022 eben tatsächlich die Unternehmen sagen können, bestimmte Angebote können durch Sie für die Schülerfirmen stattfinden. Wir haben das ja schon kurz gehört, die Schulen stehen vor großen Herausforderungen und insofern werden wir zukünftig auch ein weiteres Projektangebot machen, nämlich tatsächlich, dass wir Projekttage in den Schulen gestalten, also unabhängig von einer Schülerfirmengründung, wo die Schülerinnen und Schüler eben Eigenzative, Problemlösung, Kompetenz und Kreativität nochmal trainieren können. Ein letztes, vielleicht noch auch das Thema, wie kann digitale Bildung und Schülerfirmen verknüpft werden? Aber aus unserer Sicht wäre das übergreifende Ziel für uns, dass tatsächlich Projekte zur unternehmerischen Bildung eben nicht zusätzliches, perspektivisch sind, sondern eigentlich integraler Unterrichtsbestandteil. Insofern, das wäre eine Vision, ja kein Ziel für die nächste Projektphase, aber dass wir dahin kommen. Vielen Dank.